Was zuletzt geschah. Wir versuchten erneut weitere Teile in der fernen Quelle zu finden und zum Raumschiff zu bringen. Gefunden haben wir auch ein paar, nur abtransportiert haben wir sie noch nicht. Das lag unter anderem daran, dass Frösche unserer Pigmen reduzierten oder sie einfach zu dumm waren, Teile an Land zu befördern. Heute wird aber endlich alles besser laufen. Hallo, hier sind wir wieder alle da bei Pigmen im tollsten Spiel überhaupt, wo man keine Verluste macht und nur Gewinne. Heute? Nee, ich hab schon gar keine Ansprüche mehr. Wir nehmen... 40! Die Gelben haben noch eine Sendepause, die bringen mir eh nichts. Das Einzige, was ich heute mit den Gelben mache, ist, dass die hier rauskommen und machen direkt wieder Mittagsschlaf. So, ihr geht da rein alle. So, und da kommen jetzt 60 raus. Also. Wir gehen jetzt zuallererst... Die Teile... Ist mir scheißegal, wo die Teile jetzt liegen. Wir gehen zuallererst hier entlang. So, und gucken uns an, was da los ist. Der Blasemann, da muss weg. Und zwar als allererstes. Nee, den kannst du... Der ist an einer ganz beschissenen Stelle. Der kommt hier raus, bitte. Nein, komm her. Sehr gut. Dräng den in die Ecke da. Nicht ins Wasser. Da soll der lang. Sehr gut. Der kann mir jetzt nirgends kann er... äh, 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 ähm. Mitnehmen. So. Wir gucken schon mal. Da ist er. So, den machen wir gleich noch platt. Was ist das? Hier brauche ich die gelben. So, was kenne ich nicht. Nee, ich mache heute zuerst alle Gegner platt. Und dann sammle ich morgen alle Teile ein. Wenn alles gut läuft, sind wir nämlich dann nur noch zwei Tage hier... Oh, der, der hat alles alleine gemacht. Das ist ein Profispieler. Das ist der Bernd 2.0. Was tun die denn da? Ja, super, dass er das gerecht aufteilt. Vielen Dank. So, das war der Einzige, der da gerade irgendwie sich um das gesamte Team kümmert. So, und jetzt fress ihr das bitte nicht alleine. Ja, okay. Hält sich noch im Rahmen, Bernd. Danke. Ihr geht hier alle durch. Bitte. Danke. So, und der Typ wird jetzt besiegt. Und zwar... Den müssen wir von vorne angreifen, ne? Rande, 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 alle! Gut. So, und den nehmt ihr auch schnell mit. So, dann macht der... Wollte gerade sagen, die laufen jetzt komplett... So, das... Nicht nur einer! Wo sind denn die ganzen Blauen? Nicht alleine fressen! Die sind dumm! Na, zupft einfach weiter! Bleibt den ganzen Tag hier und zupft Gras! Nimm, 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 nimm... Ja, ja! Jetzt haben wir endlich mal wieder ein paar Blumen hier im Haus! Alles weg So, ihr bleibt mal da stehen, bitte Ich gucke mir das hier mal in Ruhe an Also, ich muss mit dem Pikmin hier hoch Sowas können die nicht Deshalb werfe ich die einfach hier hoch Und zwar hier Und dann zack, okay Äh, dann gucken wir Da ist noch einer, der muss auch weg Schafft ihr Wie viele Gegner sind denn da Ne, wisst ihr was, ihr bleibt mal hier Ich rufe die anderen Ich besiege die nur noch mit einer kompletten Truppe Mitkommen da vorne Warum sind, es sind schon wieder welche gestorben Die laufen kreuz und quer Das kannst du dir nicht ausdenken So, wir besiegen den Typ da hier vorne jetzt Und zwar von hinten Wir schleichen uns an den an So, und dann Attacke, 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 Attacke Aha So, den nehmt ihr noch nicht mit Erst gleich Da vorne liegt unser Teil So, da müssen wir auch noch hin Und jetzt müsste eigentlich nur noch Ah, das ist mir zu heikel Aber ich besiege den mit allen Oder mit denen, die noch mitkommen wollen So In die Richtung da Raubwerfen, draufwerfen, draufwerfen Nicht alle attackieren Raubwerfen, draufwerfen, genau Und weiter geht's So, jetzt kommen die Roten ins Spiel Jetzt kommen die Roten ins Spiel Und Ende Guck mal, läuft doch Glaub, so hätte man das von Anfang an machen müssen Einfach Die ganze Zeit von Anfang an Zuerst die Gegner besiegen Und dann die ganzen Teile abtransportieren Genauso wie wir das jetzt machen So, hier ist jetzt Schicht im Schacht, ne Die Tür, da brauche ich eigentlich nicht Die können wir zulassen Das besiegen Holt den jetzt ab Holt den da runter Attacke jetzt So Nichts fressen, nichts fressen Wir gehen da alle gemeinsam jetzt ran Ja, oh, noch mehr Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Noch mehr Das läuft ja heute wie Das läuft ja besser als gedacht So, jetzt nehmt ihr euch alles mit Was hier liegt Ohne Probleme Nehmt ihr euch das jetzt alles mit Da sind noch mehr Da sind noch Wo kommt das Ding denn her Das fällt einfach vom Himmel Aua, aua, aua Attackiert die doch Moment, noch nicht laufen Noch nicht laufen Hier ist Gefahr Der muss noch weg da Hä, die laufen ja trotzdem weiter Mit dem Ding Ich hab die doch gerade alle Ach ne, da liegt's So, ihr nehmt euch das alles mit Bitte Guck mal, jetzt sind die auch viel schneller Hier geht er noch dran Hier geht die ran Warum hab ich elf Stück dabei Die sind doch wieder irgendwo hängen geblieben Neun Irgendwo stehen wieder Leute rum Und ich weiß nicht wo Irgendwo hängen die hier, oder? Ne Hängt die nicht hier So, aber hier bin ich jetzt auf jeden Fall mal fertig Ich muss hier noch gucken Da liegt noch das Teil, genau Da vorne sind auch noch zwei Teile Aber dann cleanen wir heute erstmal den Bereich hier Wenn alles glatt läuft, dürfen wir das heute sogar schaffen Wo hab ich denn die Chaoten? Irgendwo hängen die doch fest Ich hab drei Leute angeblich dabei Stehen die hier vor der Tür? Ne, ich weiß es nicht Ja, zieh die mal alle raus Die Zeit nehme ich mir jetzt Ich könnte die auch drin lassen Dann werden die direkt zu Blumenpigmen Aber ne Warte, jetzt sind ja alle hier Ich seh wirklich keine Ich weiß nicht wo die drei sind Die ich irgendwie dabei habe Aber irgendwie auch nicht So Der Polster sitzt Ist angekommen Noch fünf Ihr kommt schon mal mit Die kommen hier auch noch raus Die haben schon ein paar Knospen Wenigstens Immerhin etwas Die blauen müssen jetzt nochmal an die Reihe Ich muss versuchen das andere Teil da irgendwie aus dem Wasser zu ziehen Ich hoffe ihr schafft das jetzt auch So, wo ist das? Das muss da vorne irgendwo gewesen sein Kommen alle mit? Ich hab nur noch Blumen Ah ne, da sind noch welche So, schafft ihr das jetzt? Ich glaube an euch Ihr seid Blumengänger Ah, jetzt geht ihr hier entlang Die schaffen das ja wirklich So Ihr kommt mit Jetzt hab ich nur noch fünf bei mir So Äh Ihr kommt noch mit Alle da? Ja So So, dann kommt ihr da vorne noch mit Wir versuchen jetzt irgendwie Ne, wir versuchen glaube ich gar nichts Das dann mache ich dann morgen Beziehungsweise wenn das noch klappen sollte Machen wir das heute am Ende vom Tag Ihr geht schon mal hier rein So, mit denen kann ich schon mal gucken Ne, warte ich mit dem Ich guck noch nicht Na wohl so viele brauche ich eigentlich nicht Ihr bleibt mal da vorne stehen einfach Oder Moment Ich hab noch eine bessere Idee Ihr kommt einfach alle rein Und dafür nehmen wir jetzt Das Ding sieht klein aus da oben Aber ich nehm mal drei Das können die eigentlich nicht verlangen Nehm mal 20 gelbe mit Ihr kommt alle mit Sind natürlich Blattläuse So, ich besiege jetzt noch die Spinne Und hol das Teil da oben Das dürften wir heute noch hinkriegen Wenn die Spinne jetzt nicht mächtig dazugelernt hat So, wie machen wir das? Ich glaub ihr müsst alle da runter zuerst Ne? Ihr müsst das Ding da unten bauen Damit ihr da nach oben kommt Weil sonst wäre das Ding umsonst da So, der Weg hier ist nur für mich Ne? Weil die fallen hier runter Die kommen nie im Leben Nie im Leben Nie im Leben Mein Gott Kommen die hier hoch So, die Nein, die stehen hier Das tut er Ich hab gar nicht Warte mal Ich werfe die jetzt mal alle da hin Du kannst auch noch her Wehe, die fallen jetzt gleich alle runter So, und jetzt geh ich nochmal da hoch Ich glaub wir schaffen das heute nicht mehr mit der Spinne Also wir dürfen die noch besiegen Aber ich glaub nicht, dass wir das Teil noch abtransportiert kriegen Wir machen das jetzt folgendermaßen Damit die nur nicht da runterfallen Nehm ich immer nur ein paar Stück mit Ach, das ist ja perfekt Das schafft ihr auch alleine Guck mal, hier habt ihr noch ein bisschen Vertretung Äh, Verstärkung Ja, was ist das denn überhaupt? Ein V-Lamp Oh ja, sie ist wichtig Randach So, Kollegen Wir kommen jetzt mit Äh, müssen wir hier lang? Ja Ihr könnt das ja nicht zerstören, ne? Na, grüß Gott So sehen wir uns wieder, wa? Also, wie geht das? Ich glaube, ich muss da vorne Leute hinwerfen, oder? Doch, ja In die Augen werfen Dann macht er auf Ja, drackiert den auch, bitte, ja? Oh, das ging ja Das ging ja mega schnell So, 30 Der Typ braucht mehr als 10, ne? Ah, der braucht auch 30, ne? Dann können wir die nicht mehr abtransportieren Aber ich nehm mir noch das Teil So, das dürfen wir heute noch hinkriegen Ich glaube, wir haben dann sogar noch Zeit Um nochmal hierher zurückkommen Und das Ding dann noch abzutransportieren So, ihr geht alle da ran Und transportiert das Ding ab Bernd, du auch Jetzt kommen die Gelben her Und die transportieren den Kollegen noch ab Der braucht 10, ne? Oder braucht der mehr? Ich weiß es grad nicht Warum sind das nur noch 19? Hab schon wieder irgendwo einen vergessen? Da oben steht noch einer So, du fällst jetzt nicht in die Grube rein Ist der in der Grube drin? Wo ist der Kollege? Der steht dahinter Ach, da 20, das muss ja klappen Sind die anderen schon an mir vorbeigezischt? Oder wo sind die? Hä, wo sind die denn? Wo gehen die denn lang? Was tun die? Hä? Wo wollt ihr denn lang? Na gut, dann nehmen wir das Teil morgen Wo bin ich? Was ist das für eine Tür? Das krieg ich jetzt auch nicht mehr mit Bomben hin Die Tür zu öffnen Ja, wie dumm kann man denn sein? So, die sind jetzt da Was macht denn der Blaue da unten? Also das Teil, das kriegen wir heute auf keinen Fall mehr Dann machen wir morgen auch die Tür auf Macht mal schneller So, ihr bleibt hier stehen bitte Ich muss da ein paar Leute retten Und zwar ganz, ganz schnell Also der Kollege da vorne steht ja Stand irgendwo noch ein gelber? Ne, jetzt sind nur noch die da unterwegs, ne? Die anderen, die sind zu Hause angekommen Okay, die Brücke ist fertig Wo ist die Brücke? Wo sind die? Da vorne So, hab ich euch alle? Müsst euch alle haben, ne? Ich weiß nicht, wo der eine Blaue ist, aber der Der ist wieder irgendwo hängen geblieben Jetzt hab ich den verloren, glaub ich Ich hab grad gesehen, wie die Anzeige unten von 41 auf 40 runtergewandert ist 15 Tage seit Absturz Würde ich doch nur 4 weitere Teile finden Dann könnte ich den Dolphin endlich vollständig reparieren Aber die Zeit wird knapp Ich darf in meiner Suche nicht nachlassen Ich werde nicht aufgeben Sicherlich sind einige Teile nicht wichtig Ich seh schon die freundlichen Gesichter meiner Familie Die freundlichen Ja, natürlich ist der eine weg Ah, schon 23 hab ich heute schon wieder verloren Okay, aber wir haben ein bisschen was gekeimt Also von daher ist das nicht so schlimm 23 blaue Achso, das waren die Frösche Ne, ich hab doch gar keine Frösche heute besiegt, oder? Ich weiß es nicht Das war's auf jeden Fall Beim nächsten Mal räumen wir hier auf Eventuell die letzte Folge hier Tja, glaube ich selber nicht Mal gucken, was wir beim nächsten Mal schaffen Mit viel Glück und Verstand Schließen wir die Quelle ab Tschüss, das war's auf jeden Fall Das war's auf jeden Fall Und dann kann ich das area Tschüss, wir haben die Mitf Tagen